Hier bei Demmel arbeiten wir an bis zu sieben Tagen die Woche in 21 Schichten. Da dürfen keine Ausfälle passieren, die IT ist lebensnotwendig. Irgendwann waren unsere zentralen Systeme einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Verfügbarkeit hing an einem seidenen Faden. Wir haben uns dann für eine neue, stabile Basis entschieden und für einen Partner, der weiß, was wichtig ist.